Herzlich Willkommen zurück Leute! Hallo meine Freunde zu Rainbow Six Siege, Dalukat, McManus, Early Boy und der X-Clear am Stiesel. Hallo? Sind am Stiesel? Nein. Traumatik, ne? Muss ich wieder Hibana machen? Also wenn schon, denn schon, müssen wir das hier, ne, gerade ihn stellen, wie das dich so gehört, ne? Sag's ja! Fanposte beantworten gehört sich aber auch. Hey, woher weißt du das? Achso! Ich hab grad welche in der Hand, ja! Ich bin grad dabei, während ich noch am Ladebildschirm bin, füll ich ne Karte aus, pack die rein und morgen geht sie zurück. Du musst die auch lesen. Hab ich schon! Das nenne ich Konzentration. Lies die mal vor. Nö. Warum? Warum klebt man den Rückumschlag zu und zu? Ich muss dann doch noch die Karte... Hebt doch einfach, was du willst. Das war Dalukat. Was? Was soll? Der Köln von Dalukat stand, oder? Ohne Scheiß, ne? Du geklebt den Rückumschlag. Ohne Scheiß. Letztes hat mir jemand Fanpost geschrieben, ne? Und reingeschrieben. Eins glaubte doch keiner. Ich hätt gerne nur ein Autogramm von Dalukat. Ich hab noch nie Fanpost gekriegt. Hast du gar nicht gesehen auf Twitter, oder? Nee. Ihr habt sich damit angetwittert. Ja, komm. Eiskalt! Ja, ich hätt gerne nur ein Autogramm von Dalukat von mir. Wollt ihr kein Autogramm haben? Ja, das kann ich ja auch verstehen. Ja, aber was stand denn dann bei dir als Fanpost drin? Hallo? Da stand nur ein kleiner Zettel bei. Da stand nur ein kleiner Zettel bei. Ich hätt gerne nur ein Autogramm von Dalukat. Ja, und wieso sagst du das deine Fanpost? Weil sie an mich gegangen ist! Erli kriegt Fanpost auch. Denkt sich immer der neue Rewe-Flyer. Boah, Fanpost ist an mich adressiert, ey. Halt dich schlau! Oh, guck mal, neuer Lieferdienst, die Fanboys hier. Beim Schluck. Beim Schlucken verschluckt, genau. Beim Trinken verschluckt. Und in die Fresse. Fang, voll in die Fresse. Ah, hier ist gejammt. Haben wir einen Satz schon? Haben wir nicht, ne? Sind ja in der Küche. Was ist das hier mit Bullshit? Haha, mich adressiert. Natürlich ist das Fanpost. Gerade aus an der Tür. Ja, jeder. Wenn ich das richtig sehe. Ja, zwei Mann sogar. Einer in der Mitte. Wo wird jetzt nach rechts weg, einer nach links, einer nach rechts weg. An der Tür. Oh, Tadu! Ja. Ist das Geisel? Ja. Okay. Was ist denn das da hinten? Der Claimer. D4! Okay, komm. Ich hab keinen gesehen. Eine hab ich ganz kurz gesehen. Schön. Du hast doch Cheaten. Wir haben den auf Z-Striffe auf die Paprika. Na, die war böse, die Paprika. Ne Mute. Wer nimmt denn eigentlich immer Smoke? Ach, sag's doch. Ich. Smokey every day. Kannst du uns jucken. Nö, nö. Ich fand das voll dreist. Anno, du hast kein Postfach oder so, ne? Ne. Bei dir kriegen man nur Autogramme, wenn man dich irgendwo trifft. Richtig? Ja. Ja. Toll. Kommt jetzt nicht auf dumme Gedanken, Leute. Ich hatte das mal, dass es bei Apes da welche gab. Also wenn sie was bestellt haben, ne? Hat Stunden gedauert, die alle zu unterschreiben. Wie hast du die dann geschickt? Haben die das für dich geschickt, ja, ne? Die haben mir die geschickt. Wie viel hast du denn fertig gemacht? Ja. Aber ich finde das persönlich immer schön. Also auf der Messe oder so. Ja, ich genau auch. Leute, die kommen leider nicht dahin. Das stimmt. Du kommst halt nie dahin. Ich bin immer wieder da. Seitdem wir uns kennen, war ich auf jeder Gamescom. Auf jeder sonstigen Messe außer dieses Jahr Japantag. Okay, letztes Jahr war ich auch nicht da. War dieses Jahr RPC? War es auf der RPC? Ja, was soll ich auf der RPC ist halt nicht für mich. Die kommt noch. Ja stimmt. Wie hieß jetzt erst? Ende Mai. Ja, aber was soll ich auf der RPC? Das ist einmal rüberlaufen, das war's. Das ist nichts für mich. Wollen wir cosplayen? Random Jammer. Äh, die kommen hier. Hallo? Was ist denn das? Mach doch einen Early-Boy-Cosplay. Aber die kommen schon hier an der Seite bei euch hoch. Ähm, was ist denn das? Richtung O-Süden? Wollen wir mal aufmachen? Wollen wir mal auf? Oh nein, das ist klasse. Also ich hab nur ne Shetty. Zwei Leute. Schlag den Gong. Mach mal. Du kannst ja wirklich gegenstehen. Hab ich. Okay, jetzt sind sie an der rechten Seite. HA! LOL! Das hätte auch so kommen. Really? Ist das ne Lackbox? Alter, ich hab das Teil so geil abgepasst. Das war aber nicht Glas. Das ist der, der da schnell lang gelaufen ist. Das war der, der da eben lang gelaufen ist. Das war nicht Glas. Ne. Was sind denn die? Der ist abgehauen, der ist abgehauen, der ist nach hier hinten abgehauen. Ist das neu bei mir? Mal aus. Äh, er muss auch einer sein. Ja, was ist los? Hinter dir! Hinter dir! Oh, lol. Ist das nicht dein Ernst? Warte mal, ich hab das Gerät weg gehabt. Der Gerät funktioniert nicht mehr. Der Gerät wird nicht mehr. Ich versuch jetzt gleich einem zu folgen, wenn jetzt, wenn der Weg nicht hier reinkommt, Trace ich den. Ach komm. Einer ist an dem Fenster, der Thatcher hat noch 20 HP. Ernsthaft? Ernsthaft. Der war gerade eben noch bei mir, hat er sich nicht getraut oder was? Ich glaube das war. Ach was soll der Spaß? Direkt hier vor Leute, wenn man der Granate hat rauskommt. Oh am Tresen oben, an dem Holoraum. Smoke? Loi. Hast du noch ne Smoke? Sagste? Nein. Alle ist giftig. Wieso liegt denn da ein Halbquater? Gut, ist nur noch Platz. Nur noch Platz. Der war hier am Fenster. Ja, ist er immer noch. Raus da Early. Lass du den Kill nicht snacken. Jawohl Early, sehr gut. Echt drum? Da gehst du schon in die Fresse. Mann! Aber du lebst noch. Guck mal, ich hab dich nicht erzählt. Oh, Alter. Wie der da wegballert. Sorry, Orly. Orly. Okay, das ist also auch ein Fetisch von dir oder was? Der kleine Orlyboy. Kann ich mal deine Orly grauen? Ich würde gerne ein bisschen deinen Orly grauen. Das ist schon der, Bruder. Aber Alex, jetzt mal wo den Scheiß ist. Ja. Du könntest ja nicht in einer Session hier alles raushauen. Orly, Orly. Der komplette Auton, ey. Der auf Orlys. Und ein bisschen Füßli kann auch dabei sein. Du kannst nicht mal am Arsch laufen. Da schieb, ey. Leck mich doch am Orly. Wirst du schön reingesammert in die Muschel. In die Orly? In die Orly-Muschel. In die Orly-Muschel. In die Orly-Muschel. Oh, ja. Gleck. Und auf. Habt die Geisel. Habt die Geisel. Echt? Confirmed, ey. Was soll denn immer so eine Scheiß drin? Hassen Sie schon den Häusern mal her. Au, 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 au. Sie haben eine Cavera. Boah. Da cash, da riecht ich ab, ey. Hier werden die Points gegettet. Ach, Alter, aber übelst. Unser Point-Battle war ja letzte Woche. Wächst du jetzt den Arsch? Lässt du mal die Punkte gießen? Ich gattel hier meine Punkte. Ja, aber irgendwie auch. Wir haben Spawn, Alter, einen Klötz. Der war ja aus Moch. Dann ist doch euer Ernst, oder? Nehmen wir doch die Points, oder was? Boah, ey. Ohne Mist. Warte mal. Warte mal. Oh, er ist in der Camp. Oh, ich kann ihn scannen ohne Ende. Das gibt Points. Ich muss erst mal Dalu wieder überholen hier. Bleib mal vor ihm hier. Komm her. Knall ein Team hin. Nein. Nein, er hat sein Team nicht getroffen, glaube ich. Mann, wegen dir hab ich nicht mehr Dalu eingeholt. Alarm. 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 Bringt das Bett. Für den hab ich eine Sist bekommen. Hab ich den durch die Wand gekriegt? Das ist der ganze, oder? Doch. Ich hab für den ein Sist gekriegt. Aua. Ach nee. Oli. Äh. Im Schreibtisch. Also im Schreibtisch. Überhol jetzt Dalu noch. Es low. Alles im load auf dem Boot. Hinterm Schreibtisch. Ah, mir seh im Boot er auch gut. Kuda. Nicht mehr. Achso. Ah. Da. 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 Jawohl. Noch eine? Immer noch? Also ich hab... Warte, ich schieß nicht das Holz da. Ach, er ist nicht links. Ach, er ist nicht links. Ach, er ist nicht links. Komm, wir gehen rein Dalu. Go. Ich geh halt alleine rein. Mach doch. Haha. Was? Ich hab die Geisel vergessen. Wo ist denn die Geisel? Du hast die Geisel am Arm. Achso, läuft. Ich hab die Geisel vergessen. Aber wie? Wie? Boah. Das hat er auch noch nicht. Also hat keiner gesehen, wenn er kann, wäre auch da gut. Ja, Alex hat nicht gereicht. Boah. Ah, scheiße. 16 Punkte. Aber die 10 Minuten Folgen sind doch auch echt. Das sind aber lustige Folgen. Auf jeden Fall. Das stimmt. Richtig lustig sogar. Gut. Dummsteil, lass nicht vergessen. Bei anderen vorbeigucken. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.